Guck dir das an, Alter. Der Alpha war weg. Oh, hier 56 Prime Meat, gleich 65 Prime Meat, alter Schwede. Weißt du, wie viel Level Up du jetzt bist? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Gucken wir mal. Der Alpha war lustig. Das war ein nice Combo. Jetzt habe ich 7,54 Damage Melee. Ich habe 719. Aber ich kann mich nicht mehr bewegen. 7,88 Melee Damage mit so einem 4. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Gar nicht. Ich hätte mal auf Gewicht gehen sollen, verdammt. Da oben ist eine Pontosattel-Plattform. Ein bisschen habe ich. Da oben ist eine Pontosattel-Plattform. Ja, aber welchen Level ist das hier jetzt? Welcher? Der T-Rex? Ja. Der ist Level 32. Wenn du möchtest, können wir den T-M, weil ich habe noch 2 mit dabei. Ja, aber es geht gleich bestimmt schon kaputt. Ja, wenn wir das hinbekommen. Äh, wo wollen wir den hinlocken? Das war der Raptor erstmal, ne? Ich muss erstmal ganz kurz hier Gewicht verlieren. Oder ist der vielleicht getamed? Nein, der ist nicht getamed. Der stand einfach nur Level 32. Okay. Jetzt kann ich wieder hüpfen. Kommt der zu mir, ey? Ja. Oh, oh. Aua! Nicht mich beißen. Nein, nicht. Wir müssen am besten so in Stein oder so. Ah, fuck. Wo ist mein Frosch? Der hüpft da. Der steht da vor. Ich hüpfe jetzt ganz schnell weg. Hä? Alter. Der kommt ja aber überall, glaube ich, hoch, ne? Ich glaube schon. Ach, wo schieße ich denn hin, ey? Ha, ha, hm. Können wir ausprobieren. Ja, wir müssen uns da abfixeln. Dann setze ich mich wieder auf den Frosch und dann du wieder. Und wenn ich mal wüsste, wo mein Frosch ist. Wo ist mein Frosch? Da ist mein Frosch. Legt das jetzt gerade, Alter. Hängt der da jetzt fest? Sieht so aus, ja. Oh, nice. Ja, schieße ich gegen den Stein, super. Aber ich muss den mal da runterholen, den... Den Bufo. Jetzt kommt der Raptor von der anderen Seite. Ja, dann... Ich mach den mal eben kalt. Mach den mal kalt. Ich, äh... Ich kümmere mich hier schon mal ein bisschen um den Rex. Sehr schön. Ich schieße dich die ganze Zeit gegen den Stein, oder? Ja, du schießt die ganze Zeit gegen den Stein. Jetzt hast du ihn gedacht. Du musst dann immer auf die fette Nase. Immer auf die fette Nase. Immer auf die Nase. Immer auf die Nase. Mal gucken, ob wir den Ketame kriegen. Ah, locker. Ah, ich denk schon. Wir haben ja hinten nur Pfeile. Dann leg ich mir mal... Oh, die Brontos hat... Nee, hat die sich gerade bewegt? Ich guck mal lieber, ob auf der Brontos-Waffel-Plattform nicht irgendjemand drauf ist. Ja. Von Doktor ist die auch nicht. Doktor, auch doch keine Brots. Ja, aber anscheinend... Also, da ist niemand drauf, aber anscheinend wird die von irgendwas angegriffen, oder sowas. 227er Bronto. Warhorse Konstantin von Doktor. Nicht schlecht. Ja, die sind schon Kastrop. Ja, die sind echt übel drauf. Mit 200% Weapon Damage. Weapon Damage. Weapon Damage. Ja, aber auch natürlich dann nur zum Töten, nicht zum Tempo oder so. Keine Ahnung. Oh, die Pike, die nehm ich. Ich hab nämlich noch keinen. Pike wollte ich mir nehmen, ja, weil ich auch keine habe. Sauerei, dann nimm du halt die, dann nimm ich den Crossbow. Oder was willst du jetzt? Was willst du? Dann nimm ich den Crossbow. Ich bin die Pike. Crossbow, du die Pike, ich den Crossbow zum Töten. 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 Tötet Menschen. Knack. Da oben ist ein Vogel. Ja, ich glaub der hat auch einen Vogel. Hab ich den getroffen? Kommt der jetzt zu mir? Nein, kommt nicht zu mir. Schade. Ein Vogel. Achso, wollen wir ein paar Spieler suchen und die mal killen? Was ist das? Auf der PlayStation 4 kann man nur Gruppen erstellen, aber warum? Wer erstellt den auf der PlayStation 4 eine Gruppe? Wir haben hier den Grabstein vom Uhu. Den Grabstein vom Uhu. Falls denn hier, den kannst du mal zeigen. Ich stream ja gar nicht, aber du kannst das streamen. Du streamst da, da kannst du mal den Grabstein des Uhus zeigen. Der Uhu. Der Uhu ist tot. Der war noch gar nicht auf dem Server, ist aber trotzdem schon im Arsch. Gott sei seiner Seele gnädig. Das muss auch mal kurz noch sprechen. War mal geil. Ich muss den T-Rex jetzt noch ein bisschen Force feeden, der hat ein bisschen Vane schleppen. Ja, mein Force ist noch voll mit Gloms. Ja, gut. Wo ist er denn? Boah, hat der eh erst mal hingeschissen. Der hat jetzt gerade mal 3000 Leben. Ich habe auch scheiße von ihm eingesammelt. Ach du Kabel. Ich gehe jetzt schon mal einen Sattel machen. Ja, ich muss ja erst mal kurz den Frosch ausleeren. Kanu-Sattel kann ich auch machen. Oh mein Gott, ich muss mal kurz den Frosch ausleeren. Der ist voll mit Schettin und Peste. Hier wollen wir dann eine Runde mit dem Kanu und dem T-Rex drehen. Können wir machen. Der T-Rex ist ja auch schon fast volles Level. Da kann sich jemand irgendwas aussuchen und dann rennen wir damit ein bisschen durch die Gegen-Level die mal durch, würde ich sagen. Ja, wie gesagt, der T-Rex ist schon fast volles Level, ne? Ja, aber ein bisschen kann er vielleicht noch. Vielleicht können wir an der Base oder so. Ja, ein bisschen kann er auf jeden Fall noch. Hast du noch ein bisschen Fieber gerade am Start? Fieber? Fieber, ich bin nicht krank. Das kann gut sein, aber... Ich habe noch ein bisschen was, Alter. Ich habe nur 93. Ich hoffe, das reicht. Das sollte reichen, ja. Für den habe ich schon den Sattel, für den Kanu aber noch nicht. Der Kanu ist ja ungelevelt noch. Ungelevelt. Genau wie ungespielt. Ungespielt, ungefilmt, unrasiert, ungewaschen. Ungewaschen? Oh mein Gott. Das ist aber jetzt Widerwitsch. Essen? Oh mein Gott, der arme Dodo, ey, meine Güte. Der hätte das gar nicht mitbekommen. Meinst du? Einmal so... Hey, jetzt renne ich so. Ich komme mit dem Kanu nicht. Der hat so kleine Stummelfüße und Stummelhände. Außerdem müssen wir raiden. Wir machen uns eine Bazooka und ein... Ja, da musst du eigentlich nur die Turrets da umweg sprengen. Und die Dinos müssen mal flippieren. Ah, die Tiere, das ist schon kaputt. Mit dem T-Rex. Alphyssaluf. Oh, ja. Der rennt ja einfach weiter. Das gibt's doch nicht, ey. Warte mir! Warte mir! Warte mir! Der macht den ganzen Wald platt, ey. Das gibt es nicht. Der rennt ja einfach mit dem Viech da durch. Ich gehe... Blum. blum-bum-bum-bum-bum. Du hörst du nur, wie die Bäume alle fallen. Aber ich muss mal stamina kurz. Staminieren. Ciao. Ich mach mal ein bisschen Level-Skill auf Stamimina. Staminen... Stamimina... Mimimina-na-na. So, jetzt kann jemand noch ein bisschen durch den Wald rennen. Sind wir schon da? sind wir schon da ich sehe überhaupt nix ich sehe nur wie der kanu gerade rumkommt I just start building I'm solo please don't ? please don't mach das Schild nicht kaputt what? oh what? please don't ? what? I just started building I'm solo please don't please don't was? please don't know? please don't damage my base was möchte uns der schreiber dieses buches darüber erzählen oh hier ist böse das sind die ganz bösen das ist ein deutsches stripe gewesen die haben den server leider verlassen ich weiß nicht warum aber die turrets sind noch aktiv da oder was? hier wenn du da durch die tür gehst praktisch das ist ein deutsches stripe die haben auch so eine fahne in deutschland farben gemacht das ist äh little one das sind aber auch mehrere Tore hintereinander ne? ja ja das ist eine komplette Mauer die ist einmal hier über die komplette Dinge entgezogen sind drei hessende T-Rex ich weiß noch nicht ob's da ein Spieler ist oder ... sieht aus aus ob es da ein Spieler ist oder ne ne es ein Bilder ich muss erstmal ganz kurz Stamina holen und ein Spino auch yoaah er ist da stadt stadt armin an kann uns ja noch liegt ein ein tier sein wappt der t-rex der wird hier sogar aufgegessen von skorpion hat ich sehe aber nicht welches level ist wo den 68 68 ist er gewesen oder ist noch nicht der ist noch den hat man nicht berührt ich will den einstellen ja aber ich dachte er wird von skorpion aufgegessen ja die skorpione geben wir auch noch torpor ich stelle mich mal mit dem t-rex seitlich dann kann ich den nämlich vom t-rex aus abschießen ja ist vielleicht sinnvoller dann kann er unseren t-rex vielleicht abführen soll er machen ne vielleicht ist er aber noch ein bisschen beschäftigter ich hoffe es weil dann muss ich nämlich ganz schnell auf den kano aufspringen und wegrenne oh yeah schieß ihn in die Arschbacke in die Arschbacke in die Arschbacke mitten in die Arschbacke na dann muss glaube ich dann dann muss ich gleich hier die die Skorpion mit der Rifle wegspannern ja oder ah guck mal ah bleib mal da ein bisschen beschäftigt sehr schön ja toll jetzt ist mein Skorpion kaputt nein ich kann nicht reparieren ich glaube der will jetzt kommen oder ne dann nicht keine ahnung wenn ich das Ei nehme dann kommt er auf jeden fall ich brauche mal ganz schnell ein Ei und jetzt ich glaube der will echt zu mir he he oh Fiverr mein Bogen ist kaputt oh ja ja ist der Kano auf Passiv gestellt wenigstens ich weiß es leider nicht obwohl muss der stellen passiv ne nicht ja ok der ist angestellt oh oh ich bin drunter gefallen Watt ne Hund eh gefallen der fri.. jetzt frisst der den Parasau aus der Typ der weiß auch nicht was der macht ey da ist ein Spieler der kommt grad auf mich zu der hat mich gepackt der Huhansonn hello mate can you remember me irgendwas meinte mit remember me legit ist das der Huhansonn hast du nen Fallschirm? ja alter you remember me du Huchensohn alter warte der pack dich nochmal ich hab kein Fallschirm mehr ja bau dir ein scheiße ich treff den nicht ich muss Fiverr holen ich treff den nicht doch jetzt hab ich den getroffen ach du scheiße hä ja der der fliegt der Hut jetzt ab echt ja ich hab den zweimal in den Arsch geschossen boah Junge aber ich hab den mit der Journeyman Pike die ganze Zeit gekloppt wo ist mein Kano? der hat gut abbekommen weiß ich nicht ach ne der der T-Rex der T-Rex ach du scheiße hä geh mal in der Wichser boah ja ich geb dir Rücken meinte er do you remember me alter den hol ich mir auch der war von Delegit diese Wichser ah der ist da drüben wo ist der? da rennt er rum oh der rennt auf der anderen straßenseite mann dann bau dir ne rifle dann siehst du ja ich hab keine rifle der nimmt grad den Spino der ist in deinem Spino da rennt er rum da hinten Spasti alter hier krieg ich noch einen halben Herzanfall mhm er hat nur der hatte Pech dass ich zu dem Zeitpunkt auch mit dabei war sonst ich hab nämlich äh ja ich glaub wir sollten mal über ne Hose ey scheiß auf den T-Rex nein man ja der kommt aber wieder ja ist egal und ich hab nur noch äh neun Schuss krieg ich schon hin und außerdem ähm wenn ich mit der Pech da richtig drauf knüppel auf den irgendwann macht der da auch nicht mehr mit keine Ahnung weiß ich nicht ja mit gut Damage und wer war denn das? wer war denn das? welcher? wer das genau war weiß ich nicht der hieß auf jeden Fall war auf jeden Fall von derselben von nem Tribe Legit wer das war weiß ich echt nicht trotzdem den den hol ich mir auch noch den hol ich mir ja definitiv das müssen wir auch dann schön aufnehmen ey so ein Spaß ich glaub der T-Rex knabbert grad an die rum ja lass den mal ich kann ja force feeden in der Zeit wofür zieht der nicht ab? da vorsicht der kommt schon wieder der kommt der lege Typ ja ja der hat mich nicht gekriegt diesmal alter der Wichser aber jetzt ist so ein scheiß Skorpion der hält mich fest der Skorpion nein ich beende das jetzt hier vorsicht der Typ kommt schon wieder ey ich schieß den mit Torpop fallen ab jetzt alter jetzt reicht's mir ja shit ich komm nicht ran ja nein der T-Rex von uns frisst grad den anderen T-Rex ja ist doch scheißegal ey das ist jetzt wichtiger den T-Rex können wir später noch holen ich töte den T-Rex ich komm da grad nicht drauf ich töte den jetzt behalte mir mal ein bisschen rücken frei ich komm da nicht drauf ich töte doch den anderen T-Rex jetzt ich töte doch den anderen T-Rex nein nein oh ja ich pack hier schon wieder überall fest ich muss mir ne Rife machen dann schieß ich die weg nicht so schnell ich komm nicht hinterher oh mein Gott ey geht das schon wieder los geht das schon wieder los aber ich glaub bei uns in die Base kommen die glaub ich gar nicht rein nein diesmal nicht die sind viel zu schlecht gewesen das schaffen die dann nicht ja ich pack hier überall fest ich pack hier überall fest der fliegt hier aber auch irgendwo lang ja ja die sind hinter uns sind hinter uns her praktisch die wollen uns jetzt erhaken oh mein Gott oh mein Gott also ich bin jetzt hier schon bei der Base von dem komischen Typen ich verpiss mich erstmal schnell in die Base und zur Not ich weiß nicht wo ich hin muss das ist das Problem geradeaus, einfach geradeaus, den Berg hoch über den Berg? ja ja, aber nicht ich hab jetzt keine Stamina mehr, ich hab verkackt oh mein Gott warum machst du sowas? ich bleibe kurz stehen